Doch einen Koffer in Berlin Schon ein bisschen ungewöhnlich, russische Sehnsucht nach einer Stadt, die für Osteuropa einst so viel Unheil bereithielt. Die jüdische Gemeinde in der Fasanstraße kennt diese Sehnsucht. Dreimal die Woche berät Michael Lukomowitsch, eingewanderte Ostjuden, beim schwierigen Start ins neue Leben. Die Gemeinde jedoch ist keine Behörde, kann deshalb auch Frau Margolin, die nicht bürokratisch korrekt aus Moskau einreiste, kaum befriedigend helfen. Der Verwaltungsakt, Ostjuden bevorzugt aufzunehmen, bewahrte viele jüdische Gemeinden in Deutschland vor dem buchstäblichen Aussterben. Von Anfang 1991 bis Ende 1998 kamen immerhin fast 100.000 ostjüdische Einwanderer, rund 10.000 davon alleine nach Berlin. Die frühere Mehrheit wurde dadurch in wenigen Jahren zur Minderheit. Zwei Drittel der Gemeinde besteht heute aus Neueinwanderern. Gibt es Ansprüche? Man erwartet Verbesserung im Vergleich zu der Vergangenheit, sprich bessere Möglichkeiten im persönlichen Bereich, bessere Zukunft für die Kinder, möglicherweise bessere soziale Absicherung, aber nicht minder wichtig die Möglichkeit der persönlichen Freientfaltung in jeder Hinsicht. Sind für die Gemeinde die Einwanderer mehr gelitten als geliebt? Es ist sicherlich so, ein bisschen hängt das sehr direkt davon ab, mit wem Sie sprechen, gebe ich durchaus zu. Aber ich habe ja bereits im Vorfeld gesagt, ich betrachte das als Reiben aneinander. Und dieses Reiben betrachte ich auch als positive Kraft. Man muss sich kennenlernen. Die Neuzugewandten haben zum Beispiel nicht unerhebliche sprachliche Barriere. Und es ist ganz klar, wenn man nicht miteinander kommunizieren kann, sind die Schwierigkeiten umso größer. Meine Heimatstadt ist Leningrad. Jetzt heißt er Sanktbittin. Erinnerungen. Als Sprachübung. Teilnehmerinnen eines Deutschkurses des Jüdischen Kulturvereins lernen, sich und ihre Geschichte verständlich zu machen. Diese Frauen sind durchaus nicht untypisch für viele der ostjüdischen Einwanderer. Meist akademisch gebildet, aus den Ballungszentren der ehemaligen Sowjetunion, oft nur mit losen oder gar keinen Bindungen an jüdisch-religiöse Traditionen. Für die Frauen hier kann das auch kaum das größte Problem sein. Vielmehr sorgen die bescheidenen ökonomischen Verhältnisse, Sozialhilfe bestenfalls. Denn wie bei sehr vielen der älteren Eingewanderten, der Umzug nach Deutschland bedeutete sozialen Abstieg. Mit euch, mit Ihnen. Von Beruf bin ich Mathematikerin, Programmiererin. Aber ich bin 52 Jahre alt und außer uns habe ich keine Arbeit. Sind Sie hier zu Hause? Nein. Wo sind Sie zu Hause? Meine Seele hat in Kiew geblieben. Geistvoll und zugleich anregend. Im bürgerlichen Charlottenburg zu Hause, die Berliner Mittwochsgesellschaft. Seit vier Jahren ein privater, offener Diskussionskreis für Kunst und Kultur. Programm heute Abend, Autorenlesung mit Boris Shapiro, Jude aus Russland. Kosmopolitisch, Juden, Nichtjuden, Künstler, Wissenschaftler, international. Die Tradition der auch jüdischen Salons der 20er Jahre. Barrieren überwinden, mithilfe der Kultur. Boris Shapiro, eingewandert Mitte der 70er Jahre, lernte das Fremde kennen durch Gedichte lesen. Und schließlich Gedichte schreiben. Den hörbaren Erfolg nimmt der studierte Physiker gerne entgegen. Sein neuster Gedichtband, für ihn Zeugnis selbstbewusster Integration. Ich glaube, es ist Zeit gekommen, dass Juden sich nicht als ein minderwertiger Teil, sondern einfach als eine vollwertige Minorität verstehen werden für sich und dass die Gesamtgesellschaft für diese Minderheit einen natürlichen, legitimen, anerkannten Platz auch zur Verfügung stellen wird. Wie wäre es mit diesem Gedicht? Es ist zwar etwas länger, aber für die Zuhörer wäre die Wiederholung nicht unbedingt schlecht. Feindes Jebel, das ist auch das Thema. Ein liberales, überparteiliches Forum ist für gute Gespräche, für Lesungen, für Diskussionen zu Fragen der Kunst, der Literatur, ganz besonders auch und zu anderen gesellschaftlichen Fragen. Und ich denke, wir haben heute auch mit Boris etwas zu sagen. Mein Name ist Wernfried Hübschmann. Ich darf aber an der Stelle einfach kurz weitergeben an die Gäste und Zuhörer, damit sie vielleicht ganz kurz etwas zu ihrer Person sagen, zu ihrer Profession, so viel... Ich komme zum ersten Mal hier, kenne aber verschiedene Leute, also nicht nur die Gastgeber, Olga und Reinhard, sondern auch den Autor und stelle fest, dass ich also mit Kohn und, also, dass ich hier die Netze wieder zusammenschließe. Das ist wunderbar. Okay. Antonina Romininas, Abbröken. Ich bin über 30, 40 Jahre. Und dann, ich kenne ihn in seine Gedichte auch seit diesem Jahr. Und das freut mich, dass ganze Gesellschaft heute... Und dann wird meine Lesung kennengelernt mit der jüdischen Gemeinde, dass ich freue mich, hier zu lernen. Скажите, что вы делаете. Ah, ich besetze unsere jüdischen Belebnisse und arbeite... Die Gemeinde waren das, was hier... Ja, einer von einigen, aber eine der tragenden Achsen. Und ich freue mich sehr, miteinander zu sehen. Herr Mannes, willkommen. Ich bin der Johannes Müller. Ich schreibe auch, ich male. Ich habe jetzt eine Krimi-Komödie fertiggestellt in Suchen jetzt im Verlag. Ich habe von hier die Einladung bekommen. Wir haben schon telefoniert. Ich habe auch die literarische Werkstatt Moabü. Das ist so eine kleine Literaturecke. Hi. Ich bin ganz neugierig, wie Boris Shapiro heute Abend die Gedichte vorträgt. Ich kenne nur einige und darauf freue ich mich jetzt. Ich bin Hela Shapiro und zum zweiten Mal zur Mittwochsgesellschaft. Ich heiße Mitch Cohen. Ich bin ein alter Gast in der Mittwochsgesellschaft. Ich bin Übersetzer. Ich habe es vor mehreren Jahren in diesem Kreis schon mal gelesen. Ich kenne schon Schriftsteller, speziell Lyriker und ganz besonders Sonnetist. Ja, mein Name ist Jutta Passe. Ich bin der Thurik- und Komunikforsgesellschaft dabei. Ich hatte einige Zeit auf Hause und freue mich heute auch ganz besonders auf die Gedichte von der Botschaft. Ich heiße Hina Aronski. Ich bin eine Schule an der jüdischen Oberschule. Ebenso bin ich ein Mitglied des jüdischen Kulturfereins. Und bin erst vor kurzem in den Genuss von Gedichten von Schaffierung gekommen. Hoffentlich macht es sehr viel Spaß dabei. Ich bin für ein Jahr am Wissenschaftskolleg und hatte das große Glück gleich zu Beginn meines Jahres hier im September die Shapiro-Seibestube heute Abend hier zu hören. Danke sehr. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz das Wort geben an Herrn Dienemann vom CDF. Ich freue mich nochmal, dass Sie mit Ihrem Team hier sind und uns auch die Gelegenheit geben, die Mittwochsgesellschaft auf diese Weise darzustellen. Sagen Sie doch einfach aus Ihrer Sicht, was Ihr Anliegen heute hier ist. Also mein Name ist Michael Wiedemann vom 2. Deutschen Fernsehen der Redaktion Schwarz-Rot-Bund. Schwarz-Rot-Bund ist ein Magazin, das früher Nachbarn hieß. Es ist das Migrationsmagazin des ZDF. Es gibt den ganzen deutschen Fernseh in. Ein wenig angeregt durch die Diskussion um das Mahnmal, die Diskussion um Weiser, die Diskussion um NS-Zwangsarbeiterentschädigung. Wir wollen der Sendung ein bisschen nach vorne gucken. Und die Perspektive nach vorne richten und schauen, was ist, was passiert in Berlin. Was ist da am jüdischen Leben in Berlin und wie wird sich das weiterentwickeln. Und ich bin sehr froh, dass es uns erlaubt ist, heute Abend in diesem sehr illustren Kreis dabei zu sein. Um einen Teil, den wir glauben, der ganz interessant und ganz wichtig ist, ein bisschen zu dokumentieren. Nämlich etwas, was sich so ein bisschen über die Grenzen hinaus bewegt. Will sich das diversifizieren oder wohin geht es? Das ist der Ansatz, den wir hier so ein bisschen versuchen einzufangen und ich hoffe, mit dem einen oder der anderen nachher noch zwei, drei Worte wechseln zu können, um so ein bisschen die Breite auch, die heute ja hier versammelt ist, ein bisschen durchzusetzen. Ja, vielen Dank. Ich bitte mal. Sie sind ebenfalls mit des Teams, mit der Schriftsteller und das ist auch gleichzeitig ein Ansatzpunkt natürlich für die Diskussion insgesamt. Und ich darf vielleicht die wenigen Zeilen korrekt so vorlesen, wie sie hier stehen. Das Zentrum der Schriftsteller im Exil, deutschsprachige Länder im Internationalen Pen Club, nimmt sich die Ehre, Sie, Herr Dr. Boris Shapiro, für Ihr literarisches Engagement und Ihren Einsatz für die Charta des Internationalen Pen, die doch besonders für Ihr Werk Der Ausflug, ein lyrisches Kammerspiel, Damit sei an der Stelle genüfft zu einem Wort weit um, ein Name, eine Tatenschuh und Schritt im Nebenan, noch rastlos summt im Trum die helle Ime, noch geht das Licht der Namen Knospe an, In dem Gefängnis, in dem freien Himmel, den Mandelstamm in seinem Laube trug. Das Wort bleibt ungesagt, nicht immer, sein Flug ins Freie ist sein Todesflug, sein Flug ins Freie bleibt uns auf den Fersen, Weil Ra mit seinem Schatten trügt, den grünen Teich, das Kommen und Gehen, Kommen und Gehen, Kommen und Gehen, Friedrich der Große, Nelly Sachs, Marlene Dietrich, Gottfried Benkal, Friedrich Zelta, Johann Sebastian, B.A.C.H. samt allen Kindern, Felix Mendelssohn, Bartholdi, Moses Mendelssohn, Leo Beck, Leopold Zuns, Alfred Döblin, Kurt Tucholsky, Menzel und Liebermann, Fruchtfängler, Karajan, Arno Holz, Arno Holz, Kleist und Fontane, der ertrunkene Georg Heim, Weigel und Brecht, Hegel und Fichte, Fichte und Hegel, Fichte und Hegel, und Siemens und Tesla, Dietrich Bonhoeffer, Regina Jonas, wie Rattenau, sowie seine Mörder, Mörder und Menschen, Mörder und Menschen, Mörder und Menschen, sind Mörder Menschen, oder sind Menschen Mörder? Geschieht. Frieden kehrt ein, blindes Vertrauen, seid natürlich, es wird schon gehen, die simpelste Wahrheit, Blut, sei der Hort der Wahrheit, meinen die M. Nicht Kultur bringt die Vernunft, sondern Natur, nicht Wasser, sondern das Blut, sagen einige M. Die Berliner, Beispiel, das Blut niemals träger der Logik sein kann, zum Teufel mit dem Komplexen, sagt mir die Gosse, lebe nach dem Gefühl, wiegt der neue Adolf mehr als der alte Fritz, was denken Sie, Berlinerinnen und Berliner, wiegt der neue Adolf mehr als der alte Fritz samt seiner Gefolgschaft, was denken Sie, wiegt der neue Adolf mehr als der alte Fritz zusammen mit Unentschieden. Auf was könnte man sich verlassen? Auf das Wetter vielleicht? Das Erdkunde-Lehrbuch bescheinigt Berlin, sei ein Kontinent, sein Klima kontinental, kalte Winter und trockene heiße Sommer, manchmal ist es wirklich heiß in Berlin, wenn der Boden unter den Füßen brennt und die Decke über dem Kopf und die großen und kleinen Zeiten der Schändungen brechen herein. Ein Trick der Geschichte, geschändet werden, Friedhöfe, Denkmäle, Kirchen, Synagogen, Moscheen, Kunst am Bau und einfach die Kunst, alte Wache, Reichstag, Brandenburger Tor, der Engel der Siegessäule, die Namen, nur nicht Berlin, jungfräulicher Phönix. An Schaumschlägern fehlt es dir nie, um immer wie Aphrodite wiedergeboren zu werden, aus dem Schaum bis in die Lovebird, du, zwittrige Phönifrodite und Afrophönix zugleich, mit schäumendem Feuer des Alltags, alles, was brennbar ist, brennt. Straßensperren, Telefonhäuschen, Heime, Häuser und Gärten, Menschen, Herzen und Namensschilder, nur nicht der Name Berlin, wohl kaum wegen der Wasserlandschaft, oder doch? Große Tante Berlin, die Großtante Deutschlands, drei Viertelchen deiner selbst, Friedhöfe sind deine Grenzen, die Mauer in den Köpfen, Tötungsgerät. Im Mauer, Bahnen verbannen morgens und abends, die Werte schaffen und steigern, Fahrkarten entwerten, und die, die schwarz fahren, Lotto spielen und meistens gewinnen, denn du bist großzügig und anscheinend gütig, Berlin, zu den Menschen. Sind deine Menschen schön? Wäre es nicht schon Rassismus zu sagen, dass es solche und solche, dass es dich schön zu sehen, du hässliche Stadt, ist die Kunst, wenn auch keine Moderne. Dich schön zu machen, Mensch in Berlin, das wäre wirklich die Tat. Hochzeitsflug Schön, dich zu sehen, wie du liebst, Angelo, schön zu hören, dein Atmen und Kräzen, dir zu küssen, die stinkenden Nähtzen, bin ich froh, bin ich froh, bin ich froh, bin ich deiner und wirklich daheim, warum hör ich den Rattern, den Ohrhoch, deiner prächtigen Bahnen und Vorken, du vereinst, du vereinst, du vereinst, du vereinst, Menschen, Sprachen, Dörfer und Flüsse, deine bitteren, betäubenden Küssen, waren weist, waren weist, Strophe Schmetterling, Schmetterling Stadt, einem Dichter gehorchen nur Worte, gibt es irgendwo schönere Worte? Ich habe versucht, rauszukriegen, was das soll, bevor ich das einsetze. Ich bin froh, dass ich in dieser Vorsicht auch, dass mir diese Vorsicht einfällt. Ich selber vermute, dass der im Krieg einen komplizierten Ausdruck auf Widerschauen, das ist etwas Gehobenes, das passte stilistisch in seinen Kopf nicht hinein und er formte es nach seinem musikalischen Weltbild, um in diesem Aufruf angesichts eines Sonetisten, dass Sonett natürlich eine Meisterprüfung für jeden sein sollte, der überhaupt es wagt, in der Öffentlichkeit eigene Verse vorzutragen, muss nicht unbedingt Sonett sein, aber der soll diese Prüfung für sich bestehen. Ich machte für mich diese Prüfung sehr ernst und einst entdeckte ich, dass es noch eine schwierigere Prüfung gibt und die habe ich von einem großen Lyriker und Wissenschaftler und Ethiker Omar Kayam gelernt und der Name Kayam ist sehr unbekannt in Deutschland, wie auch der Carlo Gotze, wie auch noch jede Menge anderer großartiger Denker. Deutschland kommt mit Sicherheit noch im Genuss dieser Menschheitsfrüchte. Ich bin sicher und sehr wohl auch auf Deutsch wahrnehmen. Und das ist die mystische Dichtung, die eine absolute Form verlangt, ist komponiert wie Sonett, nur eine Zeile des Rubai, das sind vierzeile, entspricht einer Strophe des Sonetts und diese unglaubliche Kürze erlaubt gar nichts, gar keinen Fehler. Und damit versuche ich natürlich euch meine deutsche Rubaiyat zuzumuten. Paarweise Firmament und Decke wie Null und Eins, wie Zwerg und Recke, wie Bodenlosigkeit und Boden sind A und O derselben Strecke. Wenn der Wind dir in den Rücken windet, ein helles Zeichen, nun, was brennt darunter, entflammtes Leben oder bunter Tod? Willst du listig sein und klug, nimm dir wenig für genug, wenn genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Nur dazu ist der Tod nicht schlau genug, den Spuk zu nehmen, mir das Stückchen Glück, den Specht im Kopf, den Schein mit Fug und Recht zu trennen, echten vom unechten Spuk. Der schwere Weg, sich selbst zu eigen sein, türmt dieses Lebensschloss ins Sprachliche hinein, der schlaue Tod allein zwingt uns zum Schweigen. Dich rettet nur das Wort, O Liebe mein! Es gibt nichts Ernsteres als Spiel in dieser Welt, kein Held, kein Tod und nicht das große Geld und nicht die Liebe, der ich frönen will, nur Kinder spielt, ist einzig das, was zählt. Eine Zeile trennt uns, eine Zeile, nur ein Wort in ihr, sodass ich wein, Zeile, in den süßen Wein, den du mir einschenkst, Zeile, dass er bitter wird und herb, o meine Zeile. Einsames Tier im blauen Himmelsstall schwebt nackte ewig Weiblichkeit im All, im Argusauge eine wirre Magd, in jener Art das Läppchen in deinem Wein. Ich frage mich, wie kann das Nichtsein sein? Es muss unmöglich sein, wie Becher ohne Wein, es muss unmöglich sein, die Liebe ohne dich, wie Licht und Liebe ohne Sonnenschein. Was führt der Mensch in seines Namensschild, gerade wenn sein Schicksal wogt und schwillt? Ob er ein Wilder oder Milder wird, bestimmt das Göttliche in seinem Menschenbild. Nicht der Fels und nicht der Baum heiter hingestellt im Raum bringen dich, mein Reiter, weiter, nur der Traum, nur der Traum. Oh, Krankheit, ich bin krank, immer mit demselben Klang, die Welt ist ein Gefäß des Lebens, mir geht's immer um den Traum. Okay, bitte. Das Sehen und grün ausgewölbt durchschluchtet mit dem faltigen Ockerschatten die Landschaftsiris. Moos tief verfolgt die Pupille einen Falkenflug, heftiges Schneiden. Ein würziger Schmiegsam ist der Blick in den gesättigten Nadelrand, wo die Flechte Lapislazole die Kanten umscheumt. Ein dunkler Schmerzfluss wickelt nicht sichtbar Meander, gespannt durch das Zähe noch nicht. Drüben sind Lichtfallquader gestellt, unterworfen dem planenden Willen. Du? Bist du noch da? Atelier das ist ein Spiegel die Wände hier immer ein Gesicht gegenüber das bist du. Vollendung durchwebte Leinwandluft leerer Raum das Bild schaut dich an ein Aug körperlos und die Sonne ist schwarz die gierige Pupille die angeborene Blindheit das Bild guckt dich an Gesicht Gravitation ist es das unaufhaltsame ineinander fallen die schwarze Sonne kommt von innen als Blick heraus diese Gra Vitation die Belebung das Licht das körperlose Auge Licht dein Urknall Licht Quader diese Geburt der Blindheit das Auge körperlos ein All Lichtfall Quader der Lichtfall nach innen ins schwarze Loch der Zeit Bilder oder Musik Die kleine Kamera Obscura strahlt Leben aus beleuchtet Bilder und brennt sie in die Welt ein das Sehen ein Echo des Lichts Womit aber sehen wir mit welchem Organ Ist es wirklich das Auge die gläserne Höhle die Hormone der Schönheit und des Irrewerdens freisetzt das schöne Auge das den Schein wahrnimmt Lügen schluckt und den Selbst Betrug womit aber sieht man und was Wer mit dem Finger sieht findet den Ring Wer mit dem Kopf sieht nimmt Verhältnisse wahr Nur wer mit dem Herzen empfängt der sieht wie der Segen sein Leben und das seine Kinder erschafft Bilder oder Musik oder das Sehen an sich Nimm es wie ein Teeblädchen im Mund das Wunder geschieht Nimm es nur wahr Bevor ich den großen Blog mit Hier lese mute ich euch ein paar Gedichte wie ich es mir vorstelle vielleicht besonders einfache Bauart damit man von von der Spannung die eigentlich nicht im Raum politisches sprich mit mir in deiner Sprache mein Traum ich möchte in dich hineinschlafen eine bessere Wirklichkeit bist du nicht nur die Einzige die meine Zukunft trägt unbelogen vom rabiaten vergessen vom Nötigungsfuchs im Maul heißt er der Nutzen und alles ist gut unterm Schwanz gefressen werden und dann wieder raus nennt er Freiheit Wer einmal durch ging der glaubt in seiner neuen Natur Ohne dich weiß ich nicht mehr wer ich bin sprich lieber mit mir mein Traum in dir werde ich wach Gleichheit Nein Brüderlichkeit Nein Freiheit Es kommt darauf an Wofür Gleichberechtigung Ja Gleichheit Nein Brüderlichkeit Siebschaft Sozialer Zwang Einer wie alle Nein Würde des Einzelnen Ja Würde und Unantastbarkeit Gleichheit ist Tod Es kann sich nichts mehr bewegen kann nichts passieren Wenn zwei Gleiche die Plätze tauschen ist nichts passiert Nichts Freiheit zum Leben Ja Freiheit dieses zu sagen Ja Brüderlichkeit Nein Brüder töten einander Brüder töten Bist du nicht derjenige der die Menschheit glücklich machen möchte dass die Leute es endlich lernen das wunderbare Gefühl anstelle von Ärger und Hunger das Erhabene das wirklich Große was Einzelnen aufgelistet Liebe Freude Freiheit Gerechtigkeit und vieles mehr bedeutet Bist du nicht derjenige der alles das den Menschen beibringen will dass ihr Glück vollkommen sein möge dass sie wenn sie zurückblicken und sich an ihre Vergangenheit erinnern sei es nur für einen Augenblick an dich mit Dankbarkeit dächten bist du es dann sei verflucht und vertrocknen sollen deine Flüsse Ich lese das Poem Kierig am schwimmenden Werken von Paul Zeland wo er mehrmals diese Wortkombination auch verwendet habe ich erinnere euch daran dass Zeland selbst ein Pseudonym ist ein Anagramm seines Namens Ange und dass Zeland leider eine Freitut gegangen hat in dem dass er in Paris im Jahre 70 von der Kugel bis Zeland sprang noch möchte ich vielleicht dazu sagen das ist ein Buchstabe gibt selbst diese y-ähnliche Buchstabe hat die Form des Beutels das ist ein Ursprung ein Keim des Lebens und des Wissens Fein des Jeckel Herz härter gewordene Zeitgeist Selber bewegt wird er zum Beweger, bleierner Wortgeschmack, Zeitwahn. Blindheit ist seine Gewalt, genius temporis, empfindbar, nicht definierbar, kommt der Gedanke des Wahns, der das Geschehene zur Geschichte macht. Genius temporis, auch das vergeht. Ein Schreber, Gärtchen der Zeit, das kleine Eden, Vertreibungsakt heute. Selber vertrieben wird er zum Vertreiber, herzlich ergriffen die Hand, Herr der Hölderlin Hegel, Heuschrecken, heuristisch ist Schreckliches heute, die Geisterzeit spukt. Nicht die Schatten des Bösen sind wahnsinnig, sondern du, ja, auch du, der nicht vergehen will. Offenen Augs begegnen wir dem Dauertod. Die Entstehung sieht niemand, der Aberglaube spukt, dass die Vergänglichkeit allmästig sei. Auch das vergeht. Begleiterscheinungen mimen Erleuchtung, Akkretionsstrahlen beim Fallen auf das sture Loch. Kein echtes Vergehen, da es auf den Begleiter ankommt, Begleiter ist der Nachkommen. Er sei gesegnet, dass er unserem Verschwinden zusieht, er aber trauert. Die Trauer ist der Zeitgeist. Sie vergeht nicht. Sie kann nur vergessen werden in kindlicher Freude des Zählens, wie der vom Rühmkorf gesammelte Kinderreim 2021. Das 21. wird uns daran erinnern, aber auch das vergeht. Und das in der vorigen Zeile vergeht auch. 100 Millionen Menschen haben wir im 20. umgebracht. Und Hunderte von Milliarden anderer Wesen. Das vergeht nicht. Es wird vergessen. Aber auch das vergeht. Wie dieses Jahrhundert ins Wort gebissen, das Maul voll Haare. Der gefressene Wolfshand, die Wahrheit ist nicht mehr ertragbar. Der eine Lüge schreiende Mund vergeht auch. Doch die Lüge nicht, dass Liebe und Schönheit und Faszination nicht vergehen ins Ungewisse hinab. Die Seele, jede Gemütlichkeit und des Wohlbefindens, die Tautologie, nicht die Angst vor ihr. Sie spricht mit dem schwarzen Kerl Tät-Athet und wärmt sich an seinem Akkretions-Nimbus. Sein Orakel verteilt Feigen als Ohrenfraß. Das Zeitgeist ist's, den Eigengestank zu erkennen und den Eigenekel ins Ungewisse hinauf. Fein des Jeckel, den Feigenbaum der Erkenntnis entlang in Zweifelnder Dualität. Einundzwanzigstes Gutenfang der undefinierbaren Seele im wohldefinierten Leib. Ja, Bat-Shebas so, das Vergehen bleibt. Fein des Jeckel, härter gewordener Zeitgeist. Selber bewegt wird er zum Beweger, bleierner Wortgeschmack, Zeitwahn. Blindheit ist seine Gewalt, Genius Temporis. Empfindbar, nicht definierbar, kommt der Gedanke des Wahns, der das Geschehene zur Geschichte macht. Genius Temporis, auch das vergeht. Ein Schreber, Gärtchen der Zeit, das kleiner Eden, Vertreibungsakt heute, selber vertrieben wird er zum Vertreiber. Herzlich ergriffen die Hand, Herr der Hölderlin Hegel, Heuschrecken, heuristisch ist Schreckliches heute, die Geisterzeit spukt. Nicht die Schatten des Bösen sind wahnsinnig, sondern du, ja auch du, der nicht vergehen will. Offenen Augs begegnen wir dem Dauertod. Die Entstehung sieht niemand. Der Aberglaube spukt, dass die Vergänglichkeit allmächtig sei. Auch das vergeht. Begleiterscheinungen, Mimen Erleuchtung, Akkretionsstrahlen beim Fallen auf das sture Loch. Kein echtes Vergehen, da es auf den Begleiter ankommt. Begleiter ist der Nachkomme. Er sei gesegnet, dass er unserem Verschwinden zusieht. Er aber trauert. Die Trauer ist der Zeitgeist. Sie vergeht nicht. Sie kann nur vergessen werden. Begleiter aus der Emission Passage, also obliggete zu vergehen. Sobaldもの bis zum Oberen der Herzen, er in der Vergänglichkeit allen fuhr ober. sondern auf dem Gerät, auch aus der Vergänglichkeit die Reg^^et, ihr bereitorezero. Das ist richtig. Das war im Moment alles. Danke. Vielen Dank. Und selbstverständlich, zum einen, Arne Holz ist eine sehr wichtige Figur unter meinen geistigen Lehrern. Ich bin im Exil. Und solange ich Lyriker bin, das heißt Poesie schreibe, bin ich im Exil, weil ich in einer Fremdsprache schreibe. Und zwar unabhängig davon, ob Russisch, ob Deutsch. Denn ich erlaube mir hier zu sagen, dass es meine Überzeugung ist, dass Poesie ist dazu da, um das Unsagbare gesagt zu haben. Und dann heißt die Grenze des bereits Erreichten. Wo übrigens auch der nationalsozialistischen Euthanasie zum Opfer fiel, hat den Satz geprägt, Traumverdauung meiner Seele. Das heißt, damit sind die realen Träume, die wir nachts wahrscheinlich mehr oder weniger alle träumen, gemeint. Und da frage ich Sie, wenn Sie träumen, träumen Sie deutsch oder russisch? Ich weiß es nicht. Wenn ich träume, so sind meine Träume so realitätsnah, dass ich eigentlich nicht weiß, träume ich oder liebe ich das, was ich träume durch. Und das kann dann deutsch oder russisch passieren. Meine Träume sind nicht einer Nationalsprache verbunden, sondern einfach dem Leben. Wenn ich da nachhaken darf, wenn Leute in ihren Träumen sprechen, was sprechen Sie? Unterschiedliches? Ja, je nach Situation. Und das kommt wie im Leben. Also sehr wohl träume ich Deutsch wahrscheinlich, wenn ich im Traum jemanden treffe, mit dem ich Deutsch gesprochen habe. Ich kann mich daran erinnern, dass du immer wieder mal erzählt hast, in der ersten Zeit in Deutschland vor allem auch Dichtung gelesen zu haben, auch um die Sprache dir anzueignen. So war das Gefühl. Und welches waren da die wichtigsten Dichter? Und wie hat sich das für dich und für die dichterische Arbeit ausgewirkt? Ich bin außerordentlich sprachunbegabt. Bitte, das ist keine Pause, das ist mein Leiden gewesen. Und ich hatte eine große Barriere vor der deutschen Sprache, weil das, was ich hörte, mir prosodisch nimmt es mir nicht übel, widerlich war. Ich konnte es nicht verdauen, eine sehr lange Zeit. Und dann habe ich mir einen eigenen Weg in die deutsche Sprache gefunden. Ich nahm, bevor ich Grammatik kannte, bevor ich Sprachunterricht bekam, ich nahm das wunderbare Buch, das heißt das große deutsche Gedichtbuch, herausgegeben von Konradi. Und ich fing an, von Anfang an, vom Mittelalterlichen, ganz systematisch mit dem Organ der Geduldsamkeit arbeitend, das heißt mit der Stelle, auf der man sitzt, fing ich an, das mit einem Wörterbuch zu übersetzen. Und als ich ungefähr ein Drittel des Buches durchgearbeitet hatte, so ging es dann schon sehr leicht. Und ab dem dritten Drittel fing ich an, Nachahmungen zu schreiben und mich mit den Lehrern aus diesem Buch auch zu messen und zu vergleichen. Und so war mein Weg in die deutsche Sprache. Durch rigorosem Studium der deutschsprachigen Lyrik und durch Nachahmungsarbeit. Ich möchte dazu noch aus der persönlichen Erfahrung eine kleine Anekdote anmerken. Konradi ist ein ganz außergewöhnlicher Germanistikprofessor. Also solche Gestalten können Sie mit der Lupe suchen. Ich hatte nach der Erstausgabe seiner großen Anthropik, ich hatte auch später nie wieder Kontakt mit ihm. Und zu meiner größten Verblüffung in der zweiten überarbeiteten Ausgabe stehen zwei Sonnette von mir drin. Also so ein Nicht-Nachtragen, ein Nicht-Persönliches. Und zwar dieses Konkrete. Ganz Konkrete, also in dieses Buch arbeitet ich durch. Und die Tochter erbte es. Ganz klar, und das ist mir lieb und treuer, dass es tatsächlich die Seele, das ist tatsächlich das Sein des Deutschen. Nicht die Glatzköpfe, nicht die Euthanasie-Meister. Nein, das ist das Deutsche für mich. Und auch die Wurzeln des Übels, auch die sind drin. Ich weiß nicht, kann ich euch noch ein Gedicht zumuten? Vielleicht? Werden hilfst du mir? Ja, wenn ich kann. Ja, du kannst. Einfach drauf los. Aufgesaugt, soweit es ging. Heimat, um zu der Frage zurückzukommen, ist es bei mir gar nicht geworden. Im Gegenteil, es hat eher meine Heimatlichkeit in Englisch aufgeweicht. Ich habe angefangen, mein Englisch zu verlieren, ohne wirklich heimisch in Deutsch zu lernen. Aber mit Kommando, ich denke, Deutsch ist eher eine Bürokratiesprache. Es ist nicht so. Es hat was von Kommando, aber noch stärker die Bürokratie. Schon in den Satzbau, dass alles erstmal nach hinten geschoben wird und etwas in die Mitte genommen wird. Ich weiß nicht, vielleicht empfinde ich... Als Maler loben, dem grafisch gesehen, und wir wissen auch, dass in Poesie-Gau war auch einmal diese Richtung Lettrismus, nicht? Also, auch nur basiert auf Aussehen des Buchstabens. Also, was interessant ist in der deutschen Sprache, und ich glaube, das ist die einzige Weltsprache, die das hat, das sind die Substantiven großgeschriebenen. Also, wenn wir eine Seite haben, dann sehen wir, was tatsächlich wichtig ist. Sofort. Man braucht diese... Das ist alles wichtig. Sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Die Namen nicht nur, aber Substantive, das ist sozusagen diese Kern der Sache. Im Englisch nur I. Ja. Das ist ein großer Vorteil. Und ja, diese dümmlichen Ratsbeformen zerstören. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wenn ich das Wort Flo... Wenn ich konsequent kleinschreibe, kann ich das Wort Flo nicht verordnen. Das ist eine bestimmte Zusammenarbeit. Eben, weil ich auch der Flo oder die Vergangenheit... Eben, und zweite interessante Eigenschaft der deutscher Sprache, das ist diese Tendenz, die Fusion. Also, die Worte zusammen verschmelzen und kleben und da gibt es diese Schiff-Donau... Schifffahrtsgesellschaftskapitän. Ja, ja, das... Ja, und übrigens, Sie, die sagen, dass das gewisse... Das ist die Sprache für Sprache. Also, diese Worten, jein, zum Beispiel, ja. Also, das gibt nur Ähnliches in die italienische Sprache, nämlich nie. Fusion von si und no. Also, nie. Aber sonst finde ich das auch sehr interessant. In der Zeitung der letzten Sonntags-Ausgabe stand zu der ganzen Rechtschreibreform ein treffliches Zitat eines irakischen Germanistik-Professors. Den Namen habe ich natürlich vergessen, den habe ich zum ersten Mal im Leben gehört. Der sagte folgende... Also, dagegen, dass man sagt, deutsch sei eine bürokratische Sprache und deutsch sei eine militärische Sprache, ich glaube... In der Politik ist sowas dagegen. Ja, ich denke, es hängt wirklich davon ab, was wir daraus machen, jetzt in der Zukunft. Das ist ja gerade die Aufgabe der Poesie, diese Sprache zu entbürokratisieren und entmilitarisieren. Ja, und diesen Aspekt, den kann man gar nicht oft genug aussprechen, dass es wirklich von uns allen abhängt, auch von den in der Verwaltung tätigen, auch von den Militärs, auch von den Dichtern, von den Lehrern und Pädagogen, was wir aus der deutschen Sprache machen. Also, mir gefällt es eigentlich manchmal gar nicht, wenn wir Deutschen immer so tun, als seien wir alle noch schuldig. Ich bin 55 geboren, ich bin einer jener, der unter die Rubrik Gnade der späten Geburt fällt. Und ich freue mich drüber, muss ich sagen. Ich habe also nie dieses Kollektivschuldangebot angenommen, was uns die ältere Generation so gerne auf die Schultern gelegt hätte. Weil ich habe mir immer instinktiv gesagt, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und so sehe ich auch die Sprache. Also, ich meine, es wird langsam Zeit, dass wir alle, Amerikaner, Russen, die ganze Welt, eben auch anerkennen, dass unsere Generation jetzt das Zentrum von Deutschland ausmacht. Und dass wir eben halt auch, glaube ich, gefordert sind, aus der Sprache was zu machen. Und dass wir auch ein gesundes Selbstbewusstsein, ich sage, ein gesundes Selbstbewusstsein, kann überhebliches Selbstbewusstsein entwickeln gegenüber unserer Sprache. Und nicht immer nur sagen, ja, wir sind hart, wir sind militärisch, wir sind, machen wir doch was anderes draus. Und machen wir was Neues draus. Ich würde Ihnen mal an der Stelle nochmal zu Wolk zurückspielen. Die ist... Ja. Die ist krass. Die ist krass. Das ist krass. Was ist das? Das ist mit Jan. Es war? Äh, elf. Das ist das Ramba-Schat. Das ist ja ein Ypsologe, der verrückt. Linianter Kopf. Linianter Kopf. Und wir sagen, dass diese Reifen nur auf solche Kreise setzen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, ich komme aus Polen. Aus Polen, ja. Sie leben teilweise in Berlin, leben teilweise in Italien, sind Jude, sprechen Deutsch und wäre Frank. Ich fühle mich eigentlich Polen, obwohl ich habe deutsche und jüdische Blut. Aber meine Kultur ist eigentlich polnische Kultur. Und insofern, aber wenn ich wurde so gefragt, könnte ich sagen, dass ich mich einfach Europäer fühle. Und meine Leben mit meinem Gepäck sozusagen, das wäre eine richtige Antwort. Sie kennen das vielleicht auch. Es gibt durchaus auch gewisse Vorbehalte gegenüber osteuropäischen Juden, die eingewandert sind. Auch Vorbehalte innerhalb der schon in Deutschland lebenden Juden. Es gibt da Streitigkeiten. Ich bin vorbereitet an Verfolgung eigentlich. Und erst danach habe ich das hier erfahren durch meine eben nicht perfekte Sprache. Und da habe ich sogar einen solchen kleinen, sozusagen Witz oder ich weiß nicht, Scherz gemacht. Ich spreche nämlich sehr gut Französisch. Und ich habe in Bar oder zwischen Menschen so getan, als ich Franzose wäre. Und da habe ich festgestellt, dass ich ganz andere Deutsche treffe, als dann, wenn ich mich als Polen vorstelle. Verstehen Sie? Dann sage ich immer den Emigranten, dass du triffst solche Deutschen, die dich zugeordnet sind. Ja, das heißt, du triffst die Welt, solche, die du mit deiner Vergangenheit, mit deiner Identität trägst. Ja, verstehen Sie? Ja, ich weiß. Boris macht das auch. Ja, ja, sie so. Die Leute haben ihn gefragt, ob er nicht Franzose sei. Da ist er auch den Trichter gekommen. Na ja, wenn ich spreche, so wie ich spreche, dann natürlich alle wissen, dass, also meine Franzosen sprechen anders. Sie sprechen so, ich würde ich gerne, so, ganz anders. Wie der Italiener, Sie aussprechen keine H, ich habe, Sie sagen nicht wahr. Also, insofern, die Sprache ist eben Träger von Identität, kann man sagen. Das erste Erkenntnis, wer bist du? Ja, wer bist du? Wenn Sie schon jetzt fast 20 Jahre, nein, 10 Jahre hier sind, nein, 20 Jahre, fast 20 Jahre. Sind Sie schon, nein, ich bin schon, also 17 Jahre. Und die Situation hier in Berlin kennen, Berlin ist in einer Aufbruchstimmung für Deutschland, für Europa, die Politik kommt hierher, jüdisches Leben formuliert sich hier in Berlin. Was erwarten Sie denn für die nächsten 20 Jahre, besonders was das jüdische Leben anbetrifft in Berlin, was wird sich daraus entwickeln, wie wird das werden? Wird es, wird es ein von vielen eingewanderten Ostjuden beherrschtes jüdisches Leben sein? Wird es ein ganz anderes sein? Wird sich etwas Neues formulieren nach anderen, nach neuen Kriterien? Was erwarten Sie denn? Also, wissen Sie, ich bin kein Prophet. Das ist eine sehr schwere Frage und ich könnte nur sagen, dass, meiner Meinung nach, eben in Deutschland kann man nicht erwarten, das, was schon einmal in Europa war. Denn in gewisser Weise, die Deutschen sind schon, entschuldigen Sie, das ist vielleicht nicht ein passendes Wort, aber in gewisser Weise schon geimpft. Ja, es war hier einmal Holocaust, es war Verfolgung, es war dieser chauvinistische Wahnsinn und ich glaube, das wird nicht mehr sein. Währenddessen vielleicht in anderen Ländern könnte, könnte, obwohl ich glaube nicht, aber könnte das sein. Welche Art von jüdischem Leben erwarten Sie sich in Berlin? Welche Art, wie wird das sein? Man redet immer davon, dass Berlin in einem Aufbruch wäre, es würde sich kulturell irrsinnig viel tun. Manche sehen schon die Rückkehr der großen jüdischen Tradition, die es mal in Berlin gab. Ist das richtig oder was erwarten Sie? Was wird in den nächsten 10, 15 Jahren passieren? Also das natürlich zeigt die Zeit, weil ich glaube, dass in Berlin ist alles möglich. Berlin ist offen, alle kommen nach Berlin. Und damals war das eben eine kleine Insel, wo junge Leute sind, nur darum gekommen, weil sie wollen von Armee flüchten, nicht wahr? Jetzt alle wollen nach Berlin. Und Berlin wird wahrscheinlich das, was er damals war, nämlich eine große Metropolie und offen für alle Kulturen der Welt. Was würden Sie sich wünschen für die Entwicklung jüdischen Lebens in Berlin? Wenn Sie es wünschen könnten, wie es sich entwickeln sollte, wie würden Sie es gerne sehen in den nächsten 10 Jahren? Ja, also ich würde sagen, dass hier mehrere Möglichkeiten für Theater, Publikationen und Galerien entstehen. Und das haben wir schon, ich glaube, in Friedrichstraße zum Beispiel, diese Schaufenster. Und ja, ich finde, dass das eben wäre wirklich wichtig, dass eben die Medien noch offener sind, noch mehr arbeiten in dieser Richtung. Ich spreche das sehr gut, weil russisch nämlich, das wäre Andrzej. Aber polnisch ist Andrzej. Sehr vielen Dank. Danke. Na ja, ich habe es nicht gewollt, aber ich meine, ich übersetze, wie gesagt, ich verdiene damit nichts. Literalische Übersetzung verdient man nichts. Aber es ist noch Spaß. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja, ich habe dadurch erst mal richtig italienisch gelernt, kann ich sagen. Und ja, bloß ich meine, man wundert sich ja zum Beispiel, wenn man als Otto-Normalverbraucher irgendwelche technischen Geräte aus Südostasien, Hongkong oder Thailand oder sonst woher oder Taiwan nicht über die sogenannten Gebrauchsanmeldungen zu machen, sondern über die Übersetzung. Das ist ja so, es ist ja so, mehr an Unfall, denn, dass sämtliche Geräte, die sind ja gleicher, man muss ja auch billig einkommen, mit diesen Gebrauchsanmeldungen zu machen, also für mich, wo man die interessiert. Warum gibt es denn dafür, für diese technischen Dinge, kein vernetzende Übersetzer? Ja, die wollen auch Kinder, die wollen auch verdienen, die wollen auch verdienen, dann brauchen wir sparen, sondern wir brauchen die Rechnung an den technischen Übersetzern. Wenn es Ihnen interessiert, ich weiß etwas davon, ich habe einen Freund, der hat in Japan gelebt, und er sagte, in Japan, es muss nicht über alles, in anderen Ländern zu sein, aber in Japan ist das so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben das damals gegründet, noch in zehn Jahren. Das ist anders als in der Alltagskunst, von einem Schaffner. Der Schaffner ist immer nur Kontrolleur, aber in den Schauspielkunst kann es also immer gut. Ich habe mit Faszination gelesen, auch auf Russisch? Nein. Nein. Schreibele? Okay, von einer Damen nehme ich es lieber. Das habe ich mir gedacht. Keine Chance. Da hat man keine Chance. Nein. Als Mann hat man keine Chance, ja. Das ist klar. Jute. Ja. Ich weiß deinen Nachnamen nicht richtig. Nein, musst du nicht. Nein. Okay, wahrscheinlich. Ja. 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 Herr Shapiro, Sie haben jetzt schon etliche Jahre Erfahrung in Deutschland, erst im Süden, dann in Berlin. Sie kennen die Szene hier auch so ein bisschen. Was glauben Sie denn, ist denn immer noch der Grund, was sind die Vorstellungen für die, die aus Osteuropa als Juden nach Deutschland einwandern? Welche Hoffnungen sind da, welche Erwartungen haben diese Leute an Deutschland oder an Berlin? Es gibt keine Pauschalantwort darauf. Diese Erwartungen sind heterogen, sind sehr unterschiedlich, wie die Menschen, die hierher kommen, auch sehr unterschiedlich im Bildungsniveau, in der Lebensweisheit und auch in der Entscheidungsfähigkeit sind. Und dieses Spektrum der Erwartungen breitet sich davon aus, dass man einige erwarten, dass sie jetzt endlich ein schöneres Leben haben werden für sich und sind sehr oft enttäuscht, wenn sie mit den realen Schwierigkeiten der Integration, der Adoption des Sprachlernens und des Lebens mit der anderen Mentalität konfrontiert werden. Es gibt natürlich sehr viele andere Menschen, die nicht so kurzfristige Erwartungen haben wie diese Unglücklichen. Bei diesen Menschen mit langfristigen Erwartungen ist auch die Integration, ist auch die Adoption viel, viel leichter und viel weniger dramatisch als bei denjenigen, die unrealistische Erwartungen haben. Und alle Menschen, die hierher kommen, haben auch Erwartungen, dass sie einfach bessere, größere Sicherheit haben im persönlichen, im sozialen Bereich. Und diese Erwartungen, dieser Teil der Erwartungen, meiner Meinung nach, wird fast immer tatsächlich verwirklicht. Seit fast zehn Jahren hat man in Berlin Einwanderungen aus Osteuropa, besonders in den ersten zwei, drei Jahren massiv, sehr stark. Die jüdische Gemeinschaft in Berlin hat sich wesentlich geändert dadurch. Sie wurde fast verdoppelt. Manche sagen, der osteuropäische Anteil ist quasi die Mehrheit. Was glauben Sie, hat sich denn im atmosphärischen oder im, ja, kulturell-sozialen dadurch in der jüdischen Welt Berlins geändert, wesentlich geändert? Über die Zeiten von zehn und mehr Jahren kann ich nur auf meine Erfahrung in Tübingen und Stuttgart zurückgreifen. Und ich bin seit relativ kurzer Zeit in Berlin. Ich glaube aber, dass meine Erfahrung in Stuttgart sehr wohl auch auf Berlin übertragbar ist. Insofern möchte ich korrekt bleiben. Ich sehe, dass diese Änderung der sozialen Identität der jüdischen Gemeinde in Stuttgart zunächst eine dramatische ist, aber in Wirklichkeit nahezu gar keiner. Weil die Neuankömmlinge, die kommen nach Deutschland ohne soziale Kompetenzen in Deutschland und ohne soziale oder religiöse Kompetenzen als Juden, das muss man sehr klar sehen, dass diese Menschen in sehr erstaunlicher Weise lernen und lernfähig sind. Und diejenigen, die nicht lernen wollen, es gibt auch solche, Gott sei Dank wenigere, diese Menschen triften aus der jüdischen Gemeinschaft heraus und bleiben am Rande der Sozialhilfe oder am Rande der allgemeinen Duldsamkeit vielleicht, kann ich sagen, in dieser Gesellschaft und sind zwar im sozialen Sinne oder in den Statistiken da, aber im kulturellen Leben nicht mehr präsent. Aus Kreisen oder Menschen, die mit der jüdischen Gemeinde zu tun haben, mit der traditionellen jüdischen Gemeinschaft in Berlin, hat man nicht zelten auch einen Vorwurf, dass osteuropäische jüdische Einwanderer die Institutionen der jüdischen Gemeinde auch so ein bisschen missbrauchen als eine Art Sozialstation, dass die Anspruchshaltung sehr groß wäre, nach dem Motto, jetzt sind wir hier, jetzt sorgt nun mal auch für uns. Haben Sie sowas schon bemerkt und können Sie das... In dieser radikalen Form kenne ich solche Ansprüche bei, jetzt möchte ich sagen, zwei oder drei Schmarotzen, die ich tatsächlich kenne. Ich kenne Hunderte von Menschen und bei höchstens zwei oder drei erlebte ich eine solche Haltung. Und als ich diese Haltung traf, versuchte ich zu widersprechen und wurde auch nicht verstanden. Ich bin davon überzeugt, dass es in jeder Population Sodene und Sodene gibt. Es gibt auch Schmarotzen, die machen aber nicht das Gesicht dieser einwandernden Population aus. Glauben Sie denn, dass die Vorwürfe der sozusagen einheimischen Berliner Juden gegenüber den Eingewanderten, die manchmal formuliert werden, auch so ein bisschen deshalb da sind, weil, ja, das Fremde, das Neue in Deutschland sowieso immer erstmal mit Skepsis und Ablehnung aufgenommen wird und insofern ein getreues Abbild, der gesellschaftlich darstellt? Ich qualifiziere solche Äußerungen von den sogenannten einheimischen Juden nur als Angst vor dem Fremden. Diese einheimischen Juden, also ich kenne hier in Berlin zehn Familien, ich kenne zehn Familien, ich glaube, dass hier vielleicht 50 oder 100 sind, aber kaum mehr von solchen Familien, die tatsächlich seit 100 Jahren in Berlin ihren Sitz hatten. Die meisten alteinsässigen Berliner Juden sind eben die polnischen Juden, die unmittelbar nach dem Krieg nach Berlin kamen und einst selber in einer solchen Situation waren und haben sehr wohl gelernt, Deutsch zu sprechen, auch Deutsche zu sein, Deutsch zu denken und zu empfinden und sie haben es gelernt, Deutsche Juden zu werden und zu sein. Und dasselbe wird mit den Neuen auch passieren. Ich sehe, wie über zehn, über sieben, über fünf Jahre lang, ich verfolge einige Familien da, denen ich auch beratend beistand in den Heimen, wo sie reinkamen, wo ich damals noch Mitglied der Stuttgarter Gemeinde in diese Heime reinging und mit Leuten sprach und versuchte, meine Erfahrungen weiterzugeben und sie auch mental, nicht nur sozial, sondern auch mental zu orientieren und ihnen in der Seele Beistand zu leisten. Ich sehe, dass die meisten davon, von diesen Familien, sind integriert, haben Arbeit, sprechen Deutsch mit Akzent, aber haben sich umorientiert und freuen sich darüber. Ein Vorwurf, eine Bemerkung, die man sehr oft hört gegenüber eingewanderten osteuropäischen Juden ist, dass die Religiosität sehr locker gehandhabt wird. Ach, sagen wir so, sie ist nicht vorhanden. Diese Menschen kommen aus der sowjetischen Erziehung und über die Religion wissen sie eben das, was sie aus der atheistischen Propaganda gelernt hatten. Sie hatten keine Quellen gehabt und sie hatten sozialen Druck gehabt, Atheisten zu sein. Diese Menschen sind mit religiösen Werten zum ersten Mal im Leben konfrontiert. Und ich sehe, wie gierig sind diese Menschen auf das Verständnis der Religiosität und des religiösen Lebens. Und wie oft werden diese Menschen durch unangemessene, für sie nicht rezipierbare, zum Beispiel orthodoxe Haltung, einfach abgestoßen. Ich möchte in aller Klarheit sagen, 80% der Einwanderer sind studierte Akademiker, Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler. Das sind Menschen mit Lebenserfahrung und mit intellektuellen Berufen, auch wenn sie jetzt Rentner sind oder etwas jünger als die Rentner. Und sie werden hier oft mit den Formen des religiösen Lebens konfrontiert, die eigentlich für Dorfbewohner, für Bauern, für einfachere Handwerker konzipiert waren. Und sie fühlen sich misshandelt. Es entsteht ein Missverständnis zwischen einem religiösen Bedarf dieser Menschen, die zwar ärmlich aussehen, weil sie jetzt in armer Lage sind, aber intellektuell sehr wohl nicht nur auf dem Niveau sind, sondern auf viel höherem Niveau sind, als die hier beheimateten Gemeindemitarbeiter, die sie einfach in ihrer Intellektualität und in ihrem geistigen Bedürfnis schlicht hin unterschätzen. Was man äußert, von den hier langansässigen Juden, ist, dass durch die Mehrheit der jetzt vorhandenen osteuropäischen Juden Religiosität nach und nach vielleicht nicht verschwindet, aber abnimmt und damit Assimilation steigt, sozusagen das eigene, das auch unterscheidbare, mehr und mehr verschwindet und irgendwann vielleicht gar nicht mehr kennenzulich wäre, die Identität auf dem Spiel steht. Natürlich steht Identität auf dem Spiel. Nun, die Frage ist, welche Identität? Ich sehe gar keinen Sinn darin, wenn heute heutige Einwanderer, heutige Juden, die im Sinne der nürnbergischen Gesetze Juden sind, unbedingt ein Stereotyp des mittelalterlichen Städtele Juden annehmen würden. Darin würde ich wirklich keinen Sinn sehen und diese Neuanwanderer wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass diese Juden, die heute mit großem Bedarf und mit großem Sehnen an die Religiosität kommen, dass diese Juden auch ursächlich helfen werden, ursächlich dazu beitragen werden, dass die jüdische moderne Identität als neue geistige Bewegung noch mal überdacht wird, noch mal entwickelt wird, dass diese Völkerwanderung auch zu einer geistigen Entwicklung sowohl das Judentum als auch der Gesamtgesellschaft verursachen muss. Ich glaube, es ist Zeit gekommen, dass Juden sich nicht als ein minderwertiger Teil, sondern einfach als eine vollwertige Minorität verstehen werden für sich und dass die Gesamtgesellschaft für diese Minderheit einen natürlichen, legitimen, anerkannten Platz auch zur Verfügung stellen wird. Ich erwarte, dass in den nächsten Jahrzehnten dieser gegenseitige Genesungsprozess tatsächlich stattfindet. In diesem Prozess würde ich sowohl die neue Identität, Bildung sehen, für Juden als Juden, für Nichtjuden als die zu den Juden normal stehenden Nichtjuden und darin sehe ich auch die Hoffnung zur Überwindung der Tragödie des 20. Jahrhunderts mit dem Holocaust. Berlin steht an einer Schwelle in einem nächstes Jahrtausend, auch im Sinne, dass es Regierungshauptstadt ist, Hauptstadt eines sehr, sehr großen Landes ist, dass sich hier kulturelles Leben mehr und mehr formiert, dass eine Stadt zusammenwächst aus Ost und West. Und auch, wie man immer wieder nachlesen kann, sich jüdisches Leben, so Zitat, wieder neu formuliert, ein neues Erwachen gibt. Und was glauben Sie, wird in zehn Jahren darüber zu lesen sein, in welche Richtung wird es sich entwickeln? Wie wird jüdisches Leben in zehn Jahren aussehen? Wird es eine Normalität sein, wie von vielen gehofft und gefordert wird? Wird es immer noch etwas Besonderes sein? Und in welche Richtung wird es sich entwickeln? Erstens glaube ich, dass zehn Jahre eine zu kurze Frist ist. Ich würde zwei Generationswechsel ansetzen, um diese gewünschte Normalität zu erhoffen. Vorausgesetzt, dass keine neuen Katastrophen das wieder ins Rutschen bringen. Diese Zwei-Generationen-Zeit, also schlicht hin 50 Jahre, entnehme ich aus meinen Beobachtungen der ähnlichen Entwicklungen im Mittelalter, in der Renaissance, im Förderen Orient, unter den Seljuken und auch in China. Man kennt sehr viele Beispiele, wo man auch nicht unbedingt mit Juden, sondern auch mit Integration anderer Minderheiten, Erfahrung sammeln konnte. Das Zweite, ich glaube, dass die ganze Entwicklung in eine gesunde Richtung laufen wird und die gesunde Richtung heißt Diversität und Pluralität. Ich glaube, dass jüdische Gemeinschaft lernen wird und auch verwirklichen wird eine tatsächliche Pluralität der jüdischen Identität innerhalb einer bibelzentrierter oder moderner bibelzentrierter Identität in einem kulturellen, toleranten Paradigma. Ich glaube, dass diese Diversifizierung in einer nicht-fundamentalistischen, orthodoxen Richtung, in einer konservativen Richtung, liberalen, reformierten Richtung, in einer kulturzentrierten jüdischen, ethischen und philosophischen Haltung, die immer noch eine religiöse, obwohl dann weniger konfessionelle, aber historisch am Judentum hängende Richtung wird, dass alle diese Richtungen lernen werden, miteinander in Freude umzugehen, wo diese eigentliche Konfessionalität eine Privatsache wird, wie meinetwegen heute irgendwelche Hobbys Privatsache sind oder politische Überzeugungen zwar für die Gesellschaft sehr wichtig sind, aber nichtsdestotrotz Privatsachen sind und sind als solche gewünscht und gefördert. Darin sehe ich die gesunde Entwicklungsrichtung. Und damit möchte ich vielleicht ein Stichwort ins Gespräch bringen. Es gibt so etwas wie innerjüdischer Antisemitismus. Genauso wie ein innerdeutscher Antigermanismus gibt und gab. Und dieser innerjüdische Antisemitismus äußert sich darin, dass die antisemitischen Verhaltensweisen durch Juden und sogar manchmal durch Vereinigungen von Juden ausgetragen werden. Und ich glaube, dass die Gesundung und Genesung sowohl der Gesamtgesellschaft als auch der jüdischen Gemeinschaft in die Richtung laufen wird, wo diese innergemeinschaftlichen Fäden tatsächlich bewusst unterdruckt werden von Juden und von den Mitgliedern der Gesamtgesellschaft in der Kooperation. Gute, gesunde Ansätze sehe ich in der christlich-jüdischen Arbeit, in der jüdisch-nichtjüdischen Kulturarbeit. Ich hoffe, dass auch jüdisch-muslimische Arbeit irgendwann anfängt und blüht. Alle Religionen, alle Haltungen müssen sich letztlich auch verständigen können und Platz füreinander möglich machen. Danke sehr für Ihre Fragen. Danke. 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 Danke.